Dirk Müller, Mr. Dax, Dr. Weltuntergang. Er hat viele Namen und einen aktiv gemanagten Fonds namens Dirk Müller Premium Aktienfonds. Der Name ist Programm. Er wird nämlich von Dirk Müller beworben, enthält Aktien und ist ein Fonds. Great success. Aber ob er wirklich so Premium ist, wie der Name vermuten lässt? Weiß ich nicht, Digga. Oder doch? Abverkauf hinten, auf und ab. Das ist Dirk Müller. Was den Fonds so besonders macht und warum der Fonds sogar gegen Rendite abgesichert ist, erkläre ich jetzt. Le-go. Ich bin so reich, ein Millionen Euro in der Schweiz. Ich gucke auf mein Konto und ich sehe, ich bin reich, ich bin der Shit. Dirk Müller aka Mr. Dax wurde 1968 in der Finanzmetropole Frankfurt geboren und legte nach seinem Abitur 1993 seine Börsenhändlerprüfung ab und ging anschließend an die Frankfurter Wertpapierbörse. Am 11. März reagierte die Börse plötzlich auf Oscar Lafontaines Rücktritt als Bundesfinanzminister. Der folgende Kursanstieg dokumentierten die Zeitungen erstmals mit Dirk Müllers Bild. Von dort an wurde er immer wieder fotografiert, um mit seiner Mimik auszudrücken, wie die Finanzmärkte liefen. Mit diesen Veröffentlichungen seines Gesichtes wurde er als Mr. Dax nach dem deutschen Aktienindex bekannt. Dirk Müller benutzte seine Bekanntheit und Kompetenz, Hust, und versuchte sich als Schriftsteller. Damit kommen wir auch eigentlich schon zu seiner genialen Strategie. Vor kurzem sagte er sinngemäß, die Weltwirtschaft fährt auf eine Kaimauer zu und die Frage ist nicht ob, sondern wann wir einschlagen. Panik, Panik, Panik. An dem Satz sieht man seine Strategie sehr gut. Er setzt auf Verbildlichung, dass es auch die dümmste Ganz versteht. Und natürlich auf Ängste. Seit 2009 hat Mr. Dax vier Bücher geschrieben. Allein im Titel geht es in drei von ihnen um Weltuntergangsszenarien der Wirtschaft. 2009, Crashkurs. 2013, Showdown, Kampf um Europa und unser Geld. Und Machtbeben, die Welt vor der größten Finanzkrise aller Zeiten. Letzteres ist von 2018. Und was waren den folgenden vier Jahren? Klar, wir hatten eine Pandemie, aber ein Machtbeben und eine Wirtschaftskrise war danach nicht zu sehen. Besonders nicht an den Finanzmärkten, wenn man sich die Renditen mal anschaut. Dirk Müller wird als Crash-Prophet bezeichnet und ist Bestseller-Autor. Der Mann scheint aber nicht besonders gut in Vorhersagen zu sein. Zumindest in Buchform läuft es nicht so gut. Aber vielleicht läuft es mit einem Fonds ja besser, Dirk. Spoiler, nicht wirklich. Der Dirk Müller Premium Aktienfonds wurde am 17. April 2015 aufgelegt und hat mittlerweile ein stattliches Volumen von 420 Millionen Euro. Bei so einem Namen kann man wirklich viel erwarten. Premium. Ich mach's kurz und schmerzlos. Zwei Jahre nach Start hatte der Fonds 10% verloren. Im gleichen Zeitraum hatte der MSCI World 2% gewonnen. Schlechter Start. Kann ja mal passieren. Kommen wir aber mal zur Strategie. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien oder aktienähnliche Produkte und kann Einzelwerte bis maximal 10% gewichten. Der Fonds versucht besonders die Volatilität zu begrenzen, sprich die Schwangungsbreite des Marktes. Aus diesem Grund versucht der Fonds, sich mit Optionen gegen fallende Kurse zu sichern. Ebenso hält man viele Barreserven von ungefähr 10%, um gegebenenfalls günstig nach einem Crash nachzukaufen. Das muss dann ja während des Corona-Crashs 2020 richtig gut gelaufen sein, oder? Naja, ging so. Erst ging's leicht hoch, anschließend aber weiter in den Keller. Schauen wir uns noch kurz die Zusammensetzung an. Zu Mai 2022 bestand der Fonds zu 34% aus IT- und Telekommunikationsaktien und zu 18% aus Konsumgütern. Der Großteil des Geldes war in US-amerikanischen Unternehmen angelegt und Apple war die größte Einzelposition mit 6%. Das war aber nicht immer so. Da oben stand auch schon mal mit 3,66% unser Lieblingsunternehmen Wirecard. Das ist sehr schlecht gealtert. Wenn der Fonds so schlecht ist, dann ist er bestimmt günstig. Also hat wenig Kosten. Falsch gedacht. Erstmal wird der Fonds mit 4% Ausgabeaufschlag verkauft und dann ist da noch eine TER, also Total Expense Ratio, von 1,56%. Performance-Gebühren gibt es keine beim Fonds. Aber es gibt ja auch keine Rendite. Dabei hat der beliebte ETF von iShares zum MSCI World eine TER von 0,2%. Das kann man aber eigentlich nicht vergleichen, weil Dirk sagt ja immer ETF sind dummes Geld. Vergleichen wir den Fonds einfach mal mit einem ETF auf den MSCI World. Disclaimer, eigentlich ist der MSCI World Value der Vergleichsindex zum Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds. Ein geeigneter Vergleichsindex wäre aber wahrscheinlich ein Sparbuch, obwohl selbst das den Fonds outperformen würde. Machen wir es nochmal konkret. Wer vor 5 Jahren ein Video von Finanzfluss gesehen hat und dachte, ach, ich höre mal auf Thomas von Finanzfluss und kaufe mir ein ETF auf den MSCI World, der hat heute einen Gewinn von 41,5% gemacht und nur 0,2% Kosten bezahlt pro Jahr. Wenn man für denselben Zeitraum den Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds gekauft hat, hätte man zunächst 4% Ausgabeaufschlag bezahlen müssen und anschließend eine Rendite von minus 1,8% gemacht, also ein Verlust. Außerdem würden in dem Zeitraum dann 1,5% Kosten an den Fonds gezahlt werden pro Jahr. Größter Vorteil, eure Volatilität liegt mit Dirks Fonds deutlich unter dem des MSCI World ETFs. Was für euch besser ist, müsst ihr selbst entscheiden. Zur Erinnerung, das schlaue Geld steckte in Wirecard. Ich denke, Mr.Duck sichert sich und die Welt einfach konsequent gegen Gewinne ab. So, das war's mit dem Video. Wie findet ihr Dirks Fonds und sollte ich mir Anteile davon kaufen? Schreibt's in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert auch gerne meinen Kanal und hier rechts geht's zu meinem letzten Video über Red Bull. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.